Sooo, nach einer minimalen Pause geht es auch wieder weiter und mein Stuhl rollt weg. Er mag mich nicht! Wie kann er nur? Anstrengend ist echt. Ja, hatte ich. Wirf mich! Aber vernünftig diesmal. Achso, da, da, da. Ach, boah. Boah. Ja, komm mit, du wolle, Dixie. Die... Die verinnerlicht gerade mich. Die verinnerlicht dich? Die sind mir! Oh Gott. Ja, jetzt kommen meine dummen Sprüche. Nee, ich meinte, dass ich dich stellvertretend für Diddy schmeiße. Also, wenn ich Diddy schmeiße, schmeiß ich dich. Achso. Achso, da konnte ich auch drauf, okay. Das ist, ja, toll. Das ist der neunschwätzige Ficker. Ja. Der neunschwätzige Ficker, der ist, äh... Ja. wer hat ein blödes Vieh... Pулиh appropriate. Für Bananen? Ich dachte, da wäre eine Kugel drin. Nicht gefangen lassen, nein, nach dem Gegensatz der Richtung drücken. Genau. Du kommst da nicht raus. Ich komm da auch nicht rüber. Kannst du überhoben was? Sterben? Und da halt die Leute dann wenigstens. Schönes Let's Play Together. Das ist ein Korkommentator, verdammt. Berp, berp. Ich hätte irgendwas spielen sollen, was ich auch ansatzweise nur kann. Ich hab seinen Schwanz berührt. Das fand ich so eklig. Jetzt muss ich erstmal malen gehen. Na jetzt, wovon sterben die denn? Mann! Du kannst ihn nicht töten, wenn er so... Du kannst die ganze Zeit über den drüber springen und ausweichen. Irgendwann ist der schlapp und setzt sich hin. Macht Sinn. Ich will ja die ganze Zeit seine... Dings da... Er will Luftfreiheit. Es tut... Es tut... Es tut ihm auch mal gut. Ich nehm die Gäste mit in den Tod. Ich will dich nicht töten. Warum nicht? Der hat's verdient. Oh. Ja. Ich wollte... Ich wollte... Ich... Ich... Wenn der sich jetzt bewegt hätte ich dich getötet wieder. Achso. Das will ich ja nicht. Im Wasserloch! Sie lebt! Sie lebt! Sie lebt! Sie fangen mal jetzt schlauer. Oder auch nicht. Wie zur Hölle trägt ihr die Kiste aufm Kopf? Mit den Haaren. Kann man ja nicht für den Haarfestiger. Drei Meter taft. Ja. Kiste aufm Kopf, Frisur sitzt. An Haaren hängen mit den Haaren. Frisur sitzt. Drei Affen taft. Schön. Was ist das? FICKEN GONDS ARCHKACK! Und Didi springt hinterher! Oh, meine Frau soll weg! Ich muss hinterher! Dumm! Ich wollte nur wissen, was das für ein scheiß Karton war! Kannst du mal mit dem rechten Button wieder absetzen? Ich weiß nicht, was für das ist. Ich hab nur Zahlen. Du hast kein Leben. Baba und die sieben Räuber. Ach, ich weiß es nicht. Der geht mir aber auch auf den Sack mit seinem rumgeschwänzelten... Rumgeschwänzelten? Geh du doch die Straße fegen. Nö, jetzt nicht. Ach so, später! Nö, auch da nicht. Selbstwort! Ich hab die Küste getötet! Oh no! Wie konnte ich das wagen? Fick dich, du... Neunschwänziger... Huren... Ficker... Eine Huren die Neunschwänzel in sich hat. Das ist ein Bild, was ich jetzt nie wieder aus meinem Kopf kriege. Und sterbe! Gott! Ich kann nicht mehr! Troll! Warum weißt du aus? Warum spring ich dann nicht? Warum hast du die Kiste überhaupt mit? Ich wollte die mitnehmen wegen... Vielleicht eintauschen gegen... Drei goldene Bohnen. Ich schaff das noch irgendwann! Fick! Nein, ich will nicht schon wieder ficken! Mein Gott ey! Wie oft sag ich das denn? Hab ich auch noch einen anderen Wortschatz? Ficken, Wumsen, Blasen, Huren, Schlampe ey! Ghetto-Hure! Mann ey! Das ist doch... Ich hab einen Schnabel in mir! Das gefällt mir nicht! Ach, eine Schlampe! Ja, die tanzt doch mal rum! Du kannst nicht... Nicht spielen! Das ist eine neue Erkenntnis! Oh, Mann ey! both- Schatz auf die Kisten... ... cervix da nehm ich da nicht mit... ist eh nur bananen, ey. Bananen könnte ich auch anders haben! Äy, ich fick gleich! Ich... Alter... Mh! Ich bin gleich alt. Arni! Da nix dafür! Arni! Ja, ich weiß nicht. Oh, the fuck! Guck dir überhaupt mal Arni an, ey! Hm... Interessant, haben wir noch nie gesehen, bla bla, jetzt kommentier mal ein bisschen. Hm... Ich gähne jetzt mal! Das fand ich jetzt auch nicht nach, von dir. Hm... Weißt du was? Ich töre gleich alle Vögel, die ich finden gern draußen! Und dann... spiele ich das Spiel nochmal! Und dann lässt sich Diddy... Wie? Dein Kopfstoß! Och, Liebling! Was warst du da für Bullshit?! Affen töten! Scheiß auf das K! Ich hab keine mehr! Fick dich! Na? Na? Na, ach ne! Diesmal geht's ja! Diesmal sind wir nicht zu blöd zum Springen, wa? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh! Oh! Das fand ich nicht mehr zu von dir. Da wurde es gemacht, mein... Fick dich! Wofür ist der Hölle? Oh! 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 Bonus! Ich blick immer noch auf mich zu Tode, weißt? Ich bin voll auf Ecstasy, ey! Schlimm, ey! Hä? Wie? Ach so! Komm her! Ja! Haarewuschel! Huch! Guck's denn? Ach so, ist das nur die Tandecay! Fick! Wo ist denn dieses verdammte Zwischenspeicher-Fass? Nur mal so am Rande gefra... Äh... Ich hab keine Ahnung, ich sammle Bananen für Leben. Ja! Macht Sinn! Oh nein! Ich schon wieder... Pole-Dancing-Engine! Ach, fick doch drauf! Ich nicht! Nein! Nein! Oh! Oh! Ich hab eine! Fick! Da vorne bin ich! Mann! Da vorne war ich! Das war halt zu viel! Ich mach das ganze Level besser und muss nur zwei Schritte gehen um zu meinem Box zu kommen! Nein! Das ist zu anstrengend für dich, oder was? Ach, wir haben das Zwischenspeicher-Fass schon gehabt! Ja! Das hab ich dir auch schon geholt! Na Gott, wie aufmerksam ich dieses Spiel verfolge! Das ist so... Ich hab mal den Gegner werfe! Dancing... Is this in my eyes... Ja, da war einfach zu viel Action! Was denn für Action? Du hättest nur laufen müssen! Einer, der mit Kugeln schießt! Dann schreist du mich die ganze Zeit an! Wirfst mich in den... Du bist eh unnötig mit dir! Ja! Was ist da mal so schwer? Was hättest du machen müssen? Mehr nicht! Das ist aber... schwer! Ah! Fünfmal springen höchstens! Fünfmal springen höchstens! Hallo! Das sind viermal mehr als ich drauf hab! Wow! Wow! Ich hab's versucht! Das kann mir keiner vorsagen! Das ist nicht... Perfikt! Ah! Wow! Das ist eigentlich mal nichts! Na, das lass ich auch einfach mal so stehen! Banane, Banane! Tot! Wie viel Leben haben wir eigentlich doch? Sechs! Was? So, jetzt zeig dir mal! Oh ne! Zerlarm war ich! Sagt der, der im Drücker ist und bis jetzt noch keinen einzigen Sprung wirklich geschafft hat! Der hat doch nur mit seinem Schnabel deinen Arsch gekratzt! Wie soll ich hier richtige Safestand Roadstat abusing, ey? Schnauze voll! Oh! Schön! Ja, dann müssen wir halt durch! Ja, ich muss da wieder durch! Ich krieg dich! Ah! Scheiß, was Bonuslevel? Warte, bleib mal stehen! Gleich! Dank dem Event! Haha! Follow-up Slime! Achso! Hier, ist er gesaved! Ich speichere jetzt nochmal genau! Mit ner Drehung! Alter, du verfickter Affe! Boah! Ja, tut mir leid, Leute, aber... Nee, ich hab keine Lust mehr ernsthaft! Speichere mal! Diese Welt ist zum Kotzen! Und du musst den Fässer benutzen, sonst kommst du da nicht lang! Nein! Spring doch auf dieses verfickte... Boah! Blöden... Busch! Blöden Busch! Du Null! Naja, lass mal! Der will doch nicht spiegeln! Spinnen! Null! Null! Bleib stehen! Null! Oh! Null! 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 Ich hab mein Level wieder beendet. Fast ohne Safe-State. Ja, und diese ganze Safe-Safe-Ufusing bedarf jetzt einer Pause. Und ja, ich hoffe, nächstes Mal wird's nicht so schlimm. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt Safe- und Low-Safe-Ufusing mache. Aber meine Fresse, ich hab keinen Bock, dass... Und ihr habt auch keinen Bock, das Level-100-Behäunmark zu sehen. Also macht Sinn. Eben. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, haut rein.